Musik Musik Seid gegrüßt Kinder von Midgard und herzlich willkommen in meiner Sagenhalle. Heute berichte ich euch vom Ursprung der Langobarden. Vorher verliere ich ein paar Worte darüber, wer diese Menschen überhaupt gewesen sind. Danach folgt die Sage, die ich euch aber auch hier wieder in einem Video ohne die ganzen Erklärungen in der Infobox verlinke. Die Langobarden waren ein Teil der Sueben und tauchten zum ersten Mal im ersten Jahrhundert vor Christus auf. Sie zählen zu den Elbgermanen und könnten demnach zu den von Tacitus erwähnten Irminonen zählen. Einer der bekanntesten Langobardenherrscher war Albuin. Seine berüchtigste Tat war, dass er sich aus dem Schädel seines Schwiegervaters einen Trinkbecher machen ließ. Im 6. Jahrhundert nach Christus nahmen die Langobarden unter Albuin einen großen Teil Italiens ein. Dort wurden sie nach und nach zu Christen und errichteten ein Königreich, von dem die Region ihren Namen hat, Lombardei. Damit endet auch die Zeit der Völkerwanderung. Die Sprache der Langobarden wird meist zu den Althochdeutschen oder Oberdeutschen Sprachen gezählt, zusammen mit Altbayerisch und Alemannisch. Andere wollen eine Nähe zu Gotisch oder Altsächsisch feststellen. Ein Fragment der Sprache ist in Runen des älteren Futaks auf der Scheibenfibel von Schretzheim überliefert. Die Inschrift lautet Wörtlich übersetzt würde es heißen Heute würde man wahrscheinlich eher so übersetzen Damit ist also die Scheibenfibel gemeint. Oder der Runentext war hier noch nicht zu Ende. Bevor sie zu Christen wurden, waren die Langobarden natürlich Heiden. Der frühmittelalterliche Bischof Barbatus von Benevent will beobachtet haben, dass die Langobarden einem Schlangenkult anhängen, was mit Wodan zusammenhängen könnte. Schlangen sind nämlich Symbole der Unterwelt und gehören zu den unbekannten Begleittieren des Göttervaters. Wodan und Freya werden dann auch vom langobardischen Historiker Paulus Diakonus erwähnt. Und zwar im Zusammenhang mit dem Ursprung seines Stammes. Wie die beiden höchsten Gottheiten damit zusammenhängen, erfahrt ihr jetzt. Dies hörte ich sagen aus ältester Zeit, als in Skaderland wohnte das Volk der Viniler. Not litten Leute an Flur und an Föhre. Mannig waren da Menschensöhne. Knapp war die Mark. Zu wenig der Weide zu fetten das Vieh. Nicht reichten die Hölzer, um Höfe zu bauen. Hunger litten viele. Das Heer ritt im Sturmwind. Da traten zum Fing der Viniler drei Teile. Weise, milde Männer zumal. Riefen die Götter, ritzten da Runen. Zogen die Lose, die Wurt ihnen zumaß. Dem dritten Stamm war zu scheiden bestimmt. Heimstatt und Heil in der Ferne zu finden. Ibo und Agio, erfahren im Streite, hieß man zu führen das Heldenvolk. Gambara hieß der edlinge Mutter. Der weisen Waler Rat wies niemand zurück. Sie kamen zur Gegend, die Schoringe heißen. Da weilten sie einige winterlang. Nächst wohnten Vandalen, das siegstolze Volk, die Waldstadt gerühmten. Sie hörten davon und sandten da Botschaft, Zoll zu zahlen oder zum Streit, sich zu rüsten. Da berieten die Brüder Ibo und Agio sich mit Gambara und tauschten Gedanken. Wohl wurden sie einig, sagten Gotlands Gesandten da so. Besser düngt uns für die Freiheit zu fechten, statt sie mit Zoll zu beflecken. So schnallten sie Schwerter, gürteten Brünnen, hielten die Gäre fest in den Händen. Kampfmutig waren die kräftigen Helden, doch gering an der Zahl, das Feindesherr größer. Die Vandalen opferten Wodern im Weihthum, verrichteten es nach der Vorväter Sitte. Den Sieg wolle Wallvater denen verleihen, die er frühmorgens als Erste erspähe. So sprach zu ihnen der waltende Schlachtfürst. Gambara trat vor Freya, vollzog da das Opfer, an der vielkundigen Quell, in der Himmelsdiese Hain. Raunte rechte Worte bot weise die Gaben, zu Wenden der Viniler Not. Dies riet da Freya dem Volk der Viniler. Bevor Zowels Hengste sich zum Aufhimmel heben, sollen die Frauen am Ostweg sich stellen. Die strahlenden Strähnen binden zu Bärten, mit langen Locken die Häupter sich hüllen. Frühmorgens stand Freya, der Göttinnenklügste, zeitig vor Glanzmeidens Fahrt auf. Sie wendete Wodans Bett ans Ostfenster. Als der finstere Anse erwachte und schaute der Vinilerinnen Schar, sonderbar war dies dem Gott der Gehengten, so fragte der staunende Wodan, wer diese Langbärte seien. Freya sprach, den Namen gabst du, nun gebe den Sieg. Ruhmreich kämpften die Langobarden, die Recken röteten Schwerter, spalteten Schilde, sandten die Degen zum Staub. Schildmeiden kisten vandalische Helden. Die Schlacht war entschieden. Wodan hielt Wort. Schildmeiden kisten, den Schildmeiden kisten, in der freien Welt ist ein Hai. Amen.